Maxi, da schaust du jetzt. Ob der gleiche Schwung wieder da ist wie dem letzten. Der einarmige Schwung von Marcel am ersten Tee. Schlitzern. Schlitzern. Das ist der Tee Prober von der Ballentine's Championship. Und wieder, Rikki von ... Ich habe dir einen schönen Tag in der 11th Hall. Ich habe es gesehen. Das war cool. Martin Lefebvre. Der große Mann aus Holland. Wie geht's? Wie geht's dir? Ja, wir sind gut. Man Adele. Wie geht's hier? Wenn du so ausgültest, aber wenn du so ausgültest,